Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest zurück ins Meer anzunehmen bei Magni Bronzebart und Slithus Herzkammer an dieser Position. Vor Quest hierzu ist geballte gemacht. Nun darf man sich nach Mesamer in Nassiatar begeben. Dazu muss man erst mal zurück nach Buralus. Also die Fläche hier anklicken, dann das Portal und dann kommt noch ein Portal. Und man muss genau hier, das Portal nach Nassiatar. So. Quest ist abzugeben bei Lady Jaina. Wacht mehr. In Nassiatar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ein Video konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.